Willkommen im Wohnmobilcenter, Ihr Reisemobil-Kaufhaus. Heute für Sie, der Karmann Dexter 540 zum Sensationspreis von 55.999 Euro. Dieses Fahrzeug kann Ihr perfekter Begleiter für den nächsten Traumurlaub werden. Freuen Sie sich auf ein 140 PS starkes Zuhause auf Rädern. Im Innenbereich verfügt er über eine gemütliche Sitzgruppe mit Palermo-Polsterung und gemütlichen hellen Holzelementen. Der Dexter Karmann ist ideal für zwei Personen, dank ausreichendem Stauraum und einem bequemen Doppelbett. Optional bieten wir Ihnen als Upgrade Multimetergeräte mit Rückfahrkamera, Markise, eine WiFi-Antenne und vieles mehr. Sie haben auch die Möglichkeit, sich Ihren Traum vom Wohnmobil über unsere Partnerbanken finanzieren zu lassen. Wir arbeiten mit mehreren renommierten Banken zusammen. Besuchen Sie uns in Erkelenz und lassen Sie sich von unseren Experten beraten. DasAKI basiert von KiKA. Dann stehen Sie uns in Erkelenz und herrנים mit Ihnen Blessedaus. cables abредachten, Michael Bauer mit Gaweil Ver Silberanzen. Sie sind ange went, ich mich dafür nicht, wir müssen seine Aufrière und arbeiten.